Das heutige Video richtet sich an alle Leute mit Rückenschmerzen, egal ob ISG-Blockade, Piriformis-Syndrom oder Schmerzen im Kreuzbereich. Ich zeige euch die genauen Ursachenzusammenhänge, was haben eure Schmerzen mit Fehlhaltung zu tun, was haben Fehlhaltung mit muskulären Disbalance zu tun und wie beseitigen wir diese, um eben genau die Ursache für eure Problematik zu lösen. Mit den Informationen aus dem Video wünsche ich dir wie immer viel Erfolg. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Luke Brandenburg, Medical-Fitness-Trainer. Und ja, wie im Intro besprochen geht es heute um das Thema Rückenschmerzen. Ich habe mir den Peter zur Unterstützung mitgebracht. Schön, dass du dabei bist. Und der Peter, der erzählt uns heute mal so ein bisschen von seiner Story. Das heißt, erzähl doch mal unseren Zuschauern, was du, als du zu mir gekommen bist, vor ein paar Monaten für ein Hauptproblem hattest. Speziell. Das Hauptproblem war eigentlich, dass man mal wieder bei mir anscheinend einen Vorfall diagnostiziert hat und mich dann total alleine stehen lassen. Welche? L4, L5, ganz klar. Und habe auch viel YouTube-Videos geguckt und mit Mobility versucht. Aber nur dieses alleine langziehen, das reichte nicht. Das habe ich dann festgestellt, als ich dann hier zu dir gekommen bin, dass man da auch noch ein bisschen mehr machen muss. Ja, genau. Und interessant bei dir, was wir beim Peter dann gemacht haben und was wir heute auch durchgehen werden. Wir haben halt drei Fragen gestellt. Und zwar als erstes natürlich, wo sitzt der Schmerz? Wir hatten ein paar Nebenbaustellen, aber bei dir war das ja relativ gut einzugrenzen. Hauptsächlich im unteren Rücken mit Ausstrahlen durch den Po ins Bein. Genau. Das heißt, das sind so alle Sachen hier, die man unter Kreuzschmerzen, Schrägstich-ISG-Blockaden, so ganz genau. Man spricht ja auch von Lumboischialgie. Das ist nicht mehr ganz genau zu differenzieren, weil dir auch noch so Piriformis-Syndrom. Auf jeden Fall war der ganze Teil im unteren Rücken mit Schmerzen betroffen. Und was wir dann beim Peter als zweites gemacht haben, wir haben uns gefragt, okay, was für Fehlhaltung bringt der Peter denn mit? Vielleicht stellst du dich mal so ins Profil für die Zuschauer. Das ist ja eine Sache, die von vielen Leuten immer noch falsch verstanden wird. Ein ganz kleinen Schritt nach vorne. Wenn ich jetzt so ein Hohlkreuz habe, ich bringe das mal auf den Punkt beim Peter, ist uns aufgefallen, okay, Hohlkreuz. So, und jetzt denken natürlich viele Leute, ja, Hohlkreuz heißt ja Wirbelsäule schief und das ist dann auch irgendwie der Auslöser für meine Schmerzen, vielleicht sogar für den Bandscheibenvorfall. Der Rückschluss ist direkt nicht ganz zu treffen. Das habe ich dir auch damals erklärt. Die Wirbelsäule, die hält mehrere hundert Kilo axial, also gegen die Schwerkraft stand, total stabile Struktur. Ist auch wichtig für euch zu wissen, die ist nicht kaputt oder so. Aber anhand von einer Fehlhaltung kann ich ja immer ein gewisses Spannungsmuster erkennen. Und wir haben dann auch sehr, sehr schnell festgestellt beim Peter, ja klar, Hauptmuskel Nummer 1, der für ein Hohlkreuz sorgt, kannst du ja auch nur sagen, ist der Hüftbeuger. Ist der Hüftbeuger. Grafik blende ich hier mal ein. Und so ein Hüftbeuger, das habe ich ja jetzt auch in mehreren Videos erklärt, der ist vor allen Dingen immer deswegen verkürzt tonisch, weil man natürlich den ganzen Tag sitzt. Ich nenne das auch ab sofort und dieses Konzept wollte ich euch heute auch mal vorstellen. Das ist so ein genannter Spannungstäter. Das heißt, der sorgt einfach für viel Grundspannung im System, die nicht unbedingt da sein sollte. Bei direkt, das war ja auch für dich überraschend, den Hüftbeuger hast du nie direkt gespürt. Den merkt man nicht. Das müssen wir nämlich testen, wie wir das, ob der Hüftbeuger bei euch auch wirklich verantwortlich ist, das testen wir. Bisschen die Kameraperspektive geändert. Und das ist so interessant, weil die Ursache für ein Problem unterer Rücken, ja, das sind hier oft die Spannungsopfer. Das heißt, hier haben wir zum Beispiel den Quadratus Lumborum, den Piriformis. Der Quadratus, der sitzt über eurem Becken, der Piriformis so ein bisschen unter eurem Becken, ist ein Hüftstabilisator, die halt indirekt, ja, weil dieser Hüftbeuger halt verkürzt, ja, fällt man ja ins Hohlkreuz. Was passiert? Ich habe viel Spannung hier, ich habe viel Spannung da. Diese Muskeln, die müssen anfangen zu arbeiten, wofür sie gar nicht gemacht sind. Und dann hilft tatsächlich erstmal diesen Hüftbeuger lösen, aber wir müssen sogar noch einen Schritt weiter gehen und einen Spannungsträger, der so gut wie immer, ich habe den jetzt sehr oft hier auf dem Kanal vorgestellt, die Spannung übernimmt, Spannungsanker? Der TVA. Der TVA, genau. Und wie ihr den aktiviert, plus zwei weitere wichtige Spannungsanker eures Körpers für eine optimale Haltung, findet ihr halt auch in meinem kostenlosen Medical Fitness Einsteigerkurs. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. An dieser Stelle habe ich mich dazu entschlossen, einen Schnitt zu machen. Das war jetzt Teil 1 zum Thema Kreuz- und Rückenschmerzen, wo ich euch einmal den Ursachen- und Wirkungszusammenhang gezeigt habe, der häufig für Rückenschmerzen verantwortlich ist. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wenn dem so ist und ihr mir etwas zurückgeben wollt, ihr diesen Kanal hier gut findet, die Message hier gut findet, dann teilt dieses Video mit Leuten, von denen ihr wisst, dass sie Rückenschmerzen haben, dass sie eventuell auch schon etwas mit Training versuchen gegen ihre Rückenschmerzen zu unternehmen, aber mit ihrem Konzept nicht so richtig weiterkommen. Damit helft ihr mir dieser Message, diesen Kanals weiter, aber vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, damit helft ihr euren Mitmenschen weiter. Und wir sehen uns jetzt im nächsten Teil wieder, Teil 2, wo wir, wo ich euch zeige, wie wir den Hüftbeuger mobilisieren, wo wir die ganze Beckendynamik wieder in den Griff kriegen mit einer praktischen Übung. Der Peter ist auch wieder dabei. Und in diesem Sinne, vergesst nicht den Daumen nach oben zu geben, den Kanal zu abonnieren und wir sehen uns spätestens im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.